Wenn das Feuer hier hochkocht, kommt keiner mehr heile raus. Hält sie Gott, leben in die Bude! Wo bleiben die? Löschen sie! Keiner zentrale Bezugführer Umgezug, sieben kommen bitte! Mir spricht Frau, wie sieht's aus? Sie haben gesagt, sie schafft's irgendwie. Wir sind zu spät, wir schaffen das nicht. Übernimm du, hier geh ich mit rein. Da kommt jemand! Es ist vorbei. Leben im Extrem. Die Feuerengel und Hintergittern, der Frauenknast. Jeden Montag ab 20.15 Uhr bei RTL. Alles klar, Ende.